Es ist eine Konversion, ich habe vom Essen, das Wort Essen, ich habe das Substantiviert als Molen. Trinken, Wasser, Trinken. Ist das gleich? Gut, ich habe auch, wenn ich sage zum Beispiel, was heißt, D.H., Punkt H, beziehungsweise, Abkürzung, 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 Abkürzung. Ah, c'est par rapport a la sort, c'est par rapport au genre. Es gibt Typen, von Abkürzungen oder Kürzungen, wir sagen Abkürzungen oder Kürzungen. Wenn ich sage Uni, Universität, was habe ich hier abgekürzt? Hier habe ich nur den Kopf genommen. Ich habe 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 den Kopf genommen. Wenn ich zum Beispiel der Kopf sage. Der Kopf. Ich sage der Bus. In der Wirklichkeit sage ich nicht der Bus. Ich sage der Autobus oder der Omnibus. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich habe nur den Kopf genommen. Bus. Ja? Gelassen. Und ich habe nur die Schwanz genommen. Das ist ein Bus. Das ist ein Auto. Das ist ein Bus. Schwanz. Ich sage dicamp learned. Wieder gentle, ich habe nur den Kopf. Ohne Kupf. Oder key? Буд für die Shop. Derated Lachen elaboriert. I Didatrix. Wenn ich sagen, das heißt D. Was habe ich hier genommen? Ich habe die Kopf des wörders. Die Kopf D das von deranas. D, von kräften, das ist dêtre heiß. D, von kräften, Buchstaben, und K정. D, H. D, buchstaben. Oha, das ist ein Buchstab. Das heißt, das bebeutet und so weiter. Wenn ich sage Gestapo, oder Kripo, Polizei, Kripo, was habe ich genommen? Das Umgangssprache. Nein, Kripo. Kripo, das ist, oder du dir, was ist Kripo? Ich habe Kriminelle, Polizei, Poliskriminelle, ich habe Silben in ergenommen, Kripo und Po, die ersten Silben. Hier, ich habe Silbenabkürzungen gemacht, d'accord? Wenn ich jetzt sage, Gestapo, oder Gestapo, also Geheim, Staatspolizei, ich habe G, eine Silbe, Heim. Geheim, Kalita. Staats, ich spreche Staats. Staats, ja. Staats, man Kalita. Pol, man, der Polizei. Sie haben nur Silben gemacht. Also es gibt vier Typen von Abkürzungen. Kopf, Schwanz, Buchstaben, Silbenabkürzungen. und die Detser. Was ist das? Wir haben keinen Exempel. Wir haben keinen Exempel. Wir haben einen Polikopter. Wir haben einen Angriff. Wir haben einen Angriff. Wenn Sie sagen, zum Beispiel, Sie sagen, 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 sie haben einen Rechnup. Sie fragen über den Cour. Mann. Dass einmal meine Kinder schulden dir sagen, Jesus, Brown Stateserveragement. Sie sagen, Sie sagen, Sie sagen, Sie sagen, Ja, Sie sagen, 50 Euro, Ich muss das nicht gener premiseen. Das ist ein CoronaSabbatik. Corona-schädige. Ich weiß, Corona-schädige. Corona-schädige. Ja, die. Kompamination. Wir wissen, was ist Tragik? Was habe ich gesehen jetzt? Tragik, Tragik. Und manchmal, wenn ich spreche, wir lachen und das ist komisch. Wir sagen immer, Tragik, komisch. Und dann meint er, Tragik, komisch. Aber da, ich habe eine Kontamination. Tragik, komisch. Tragik, komisch. Das ist klar. Jetzt wir haben, wir haben, wir haben, wir haben hier, wir haben hier, wir haben hier, Reportage. Reportage. Jurnalist. 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 Da sind frange Wörter. Was ist das für eine, das ist eine Entklinung. Das ist eine Entklinung. Das bedeutet, ich, das bedeutet, ich, ich, eine andere Sprache, und ich nehme, was ich will. Was ich will. Und ich, ich entnehme, Wörter von dieser Sprache. Ja. Das ist die Entklinung. Also, um das Wortschatz zu erweitern, dann ist es, es gibt vieles. Es gibt vieles, die Wortbildung. D'accord? Das ist ein sehr wichtiges Gebiet. Ein anderes Beispiel. Kennt die Wortbildung? Es gibt heute, in einem Sprache, in einer Sprache, die Nischte, für die Sprache, der erste Sprache, ich sprach jetzt, auf dem Weg in der Schule, ich mache kein Grammatik. Was mache kein? Kein und Grammatik. Die Kommunikation. Untertitelung des ZDF, 2020